Die nackte Wahrheit über Pluto. Was erwartet uns wirklich, wenn Pluto jetzt in den Wassermann geht? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Gottwald. Hier in Santa Cruz in Bolivien, wo ich derzeit lebe, ist es immer noch ziemlich heiß. Deswegen bin ich auch nackt und das gilt eben auch symbolisch für das, was Pluto mit der Gesellschaft machen wird. Wir werden der nackten Wahrheit ins Auge sehen dürfen. Wenn es um Pluto geht, geht es nicht um Schönfärberei, es geht nicht um Verharmlosung, sondern es geht ans Eingemachte. Es geht um Themen wie Vernichtung, Zerstörung, also dieses Shiva-Thema, Kali, diese indischen Götter der Zerstörung am starke plutonische Bezüge. Das heißt, es hat etwas von Stirb und Werde, wie Goethe auch sagte, wenn du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Es geht also um eine Zerstörung und eine Wiedergeburt. Der Phönix aus der Asche, das sind plutonische Symbole. Ich forsche seit über 30 Jahren im astrologischen Bereich in Bezug auch auf die Menschwerdung, also das, was ich die Anthrosynthese nenne. Es geht dabei um Selbstwerdung, um Individuation. Mein Weg ist, Menschen beim Erwachen, bei der Heilung ihrer Traumata und beim Leben ihrer Bestimmung zu begleiten. Und ganz viel über diese Bestimmung finden wir in unserem Geburtshoroskop. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, einfach auch diesen Pluto-Ingress in den Wassermann als Hallo-Wach in deinem Leben zu benutzen. Denn die nächsten 20 Jahre wird Pluto uns im Wassermann begleiten. Schauen wir einmal kurz aufs Horoskop. Ja, so sieht das aus, wenn Pluto jetzt am 23.03. in den Wassermann eintritt. Null Grad Wassermann. Ja, der Pluto berührt dann den Punkt, an dem die letzte Jupiter-Saturn-Konjunktion im Dezember 2020 stattgefunden hat. Das heißt also, da wird etwas erneut besucht. Ja, dieser Punkt wird erneut ausgelöst. Und Jupiter-Saturn, das sehen wir ja auch jetzt schon, es verändert sich ganz vieles. Ja, es geht weg von diesem Erdbetonten in ein immer mehr luftbetontes Leben. Das heißt also, ganz wichtig ist dieses Thema selbst, diesen Kontakt mit dem Himmel herzustellen und den Himmel auf die Erde zu bringen. Ja, das ist Manifestieren, das ist Luft, das ist Absteigen des Yang. Und da geht der Pluto rein. Das heißt also natürlich auch, dass das das ist, was sie am meisten versuchen werden zu verhindern. Denn wenn alle ihre Anbindung, ihre eigene Anbindung nach oben haben, ja, dieser Paradigmenwechsel, über den ich ja auch schon gesprochen habe, zu Jupiter-Saturn in Luftzeichen, zu Jupiter-Saturn im Wassermann, dann ist es natürlich nicht möglich, die Menschen zu kontrollieren. Und das ist ja das, was die Eliten wollen. Sie wollen die Menschen kontrollieren. Und die andere Seite, die meisten Menschen wollen auch kontrolliert werden. Ja, traumabasiert sind die meisten Menschen nicht interessiert, wirklich frei zu sein. Die meisten Menschen sind autoritätshörig. Ja, das haben wir auch gerade gesehen, als es um diese sogenannte Pandemie ging. Ja, die meisten Menschen sind autoritätshörig. Und auch wenn jetzt inzwischen längst Politiker und Ärzte und Wissenschaftler zurückrudern und sagen, oh, das war wohl doch nicht so toll, wir haben Fehler gemacht und so weiter. Ja, über 80 Prozent der Menschen haben sich als autoritätshörig erwiesen. Und das ist eben etwas, was mit Pluto im Wassermann dann natürlich zu einer extrem autoritären Gesellschaft führen wird. Ja, Menschen, die eben gerne gesagt bekommen, wo es lang geht, die werden dann mit Pluto im Wassermann eben in einer technokratischen Diktatur leben. Ja, und ich hole mal gerade ein Buch raus, das ist so ein Klassiker in der astrologischen Literatur, das heißt The Rulership Book von Anfang der 70er Jahre von Rex E. Bills. Und da gibt es dann eigene Kapitel, zum Beispiel zu Pluto. Also das ist einfach so ein Keywords-Buch. Ja, und da sind also interessante, alphabetisch geordnete Begriffe drin, die eben Pluto zugeordnet werden. Ja, Abgründe, Entführungen der Anus, Ambulanzen, Ausrottung, Auslöschung, Anonymität, anonym ausgeführte Aktivitäten, der Antichrist, Banditen, das Böse, Katakomben, große Katastrophen, Kataklysmen, Regeneration des Körpers, Atom- und Wasserstoffbomben, Betrug, Vergiftung, Leichen, Verbrechen, Dämonen, Erniedrigung, Dekadenz, Würfel, Diktatoren, der Tod und auch das Leben nach dem Tod, Fanatiker, Hinrichtungen durch den elektrischen Stuhl, Evakuierungen, Genitalien, Holocausts, also Brandopfer, Müll, Fermentierung, Dünger, Extreme, also gute und böse Extreme, Lünchmops, Magier, schwarze Magie, Erdrutsche, Lügner, Mephisto, Mumien, Monster, Geheimnisse, faule Gerüche, die Pest, giftige Pflanzen, Organisationen, die soziale Missstände angreifen, Pornografie, Fegefeuer, Reinigung, Erneuerung, Außenseiter, oder auch Aufständische, Wiedergeburt, Ratten, Vergewaltigungen, Sirenen, Satan, Satire, giftige Tiere, auch wie Schlangen, Skorpione, Räuber, das Schreckliche, gestohlene Güter, das Auftauchen, Abnormales, Spiritualität, Raumschiffe, Fernsehen, terroristische Aktivitäten, Toiletten, Gräber, Transformation, Schätze, Umkehrpunkte, Viren, Vulgarität, Urin, Unheiligkeit, Zauberer, Globale Kriege, Vulkane, Opfer und Übeltäter, Gifte, das Verschwinden, Tyrannen, Totengräber, die Unterwelt. Ja, also das sind einfach nur mal ein paar Begriffe, um mal eine Idee davon zu geben, was sich mit Pluto alles so assoziiert. Und aus meiner Sicht geht es ja vor allem darum, ja, wenn wir uns hier den Pluto anschauen, er steht hier mundan im siebten Haus, also es wird etwas vernichtet werden, nämlich das Harmonisieren, also dass wir uns die Dinge schön reden. Und das ist ja die letzten Jahrzehnte extrem passiert, und auch die letzten Jahre, ja, mit dieser Diktatur in Sachen Gesundheit. Und da wird so einiges platzen. Und das siebte Haus ist eben ja das Thema Waage. Das heißt, wir haben mundan eben dieses Waage-Thema, was plutonisch umgepflügt wird. Ja, das heißt also, diese ganzen falschen Höflichkeiten, falsche Freundlichkeit, all das wird sich auflösen. All das wird vernichtet. Ja, wer lügt, um weiterzukommen, das wird auffliegen. Es wird also viele Skandale geben. Es wird ganz vieles aufgedeckt werden. Und das Feld, in dem das stattfindet, ist die Gesellschaft. Ja, also es wird auf der gesellschaftlichen, Ebene ganz vieles aufgedeckt. Und da ist natürlich auch wichtig zu sehen, wir alle sind die Gesellschaft. Das heißt, je autoritätshöriger wir sind, desto weniger sind wir bereit, dass es rauskommt. Denn wir wollen ja nicht sehen, wie viele Lügen wir schon geglaubt haben. Und das Problem ist ja auch, mit den Lügen werden wir immer blöder. Ja, Idiocracy ist leider nicht einfach nur eine Satire, sondern es beschreibt den Zustand, in den wir uns immer mehr hineinbewegen. Ja, denn je mehr Lügen wir glauben, desto blöder werden wir. Also dieser Dummzustand, über den ich seit Jahren rede, der ist einfach eine gesellschaftliche Realität. Diese Dumpfheit im Herzen, die Unklarheit im Bauch und die Minderwertigkeit und der Mangel im Geist. Und was passiert dann? Man versucht sich an Autoritäten festzuhalten. Das heißt, es werden ganz viele kommen im Wassermann und werden sagen, hier, ich zeige euch, wo es lang geht. Ich bin der neue Diktator. Ja, mir müsst ihr folgen. Und es wird rücksichtsloser denn je vorgegangen werden. Ja, und wer könnte der neue Diktator werden, wenn wir das mal zusammenfassen? Ja, hier geht es also um Pluto und den Wassermann. Und Wassermann ist auch die Digitalisierung. Ja, wir haben schon KI, die lügen kann. Ja, habe ich gerade gesehen hier, dieses Chat-GPT, das ganz viele jetzt so ganz toll finden. Das ist in der Lage zu lügen. Ja, die Bild-Zeitung, die ja selbst nicht unbedingt für ihre Wahrheitsliebe bekannt ist, hat Chat-GPT befragt zu Gregor Gysi und seiner Stasi-Vergangenheit und Chat-GPT hat gelogen, hat sogar Links erfunden. Also, ja, die KI kann der neue Diktator werden und kann eben dann auch die Geschichte umschreiben, kann all das tun, was bisher nur in Ansätzen möglich war. Ja, das heißt, je mehr Leute akzeptieren würden, ja, die menschlichen Regierungen sind ja doch irgendwie blöd, also lassen wir das mal die KI machen, dann sind wir erst recht, auf Deutsch gesagt, am Arsch. Ja, weil die KI wird uns belügen. Die wird nicht in unserem Sinne arbeiten. Das heißt also, es geht wirklich darum, mit Pluto im Wassermann dieses absteigende Yang zu realisieren, also diese Energie von oben wirklich absteigen zu lassen und sie zu uns kommen zu lassen. Ja, das ist einfach der zentrale Punkt, dass wir selbst eine Anbindung an die göttliche Führung bekommen und dass wir selbst bereit sind, wirklich zu werden. Ja, was heißt das, wirklich zu werden? Es geht eben darum, dass wir uns erlauben, selbst zu wirken und dass wir dem Wirklichen auch die Chance geben, uns zu leben, uns zu inspirieren, uns zu leiten. Ja, eben nicht irgendwelche künstlichen falschen Autoritäten, die sie da uns von außen präsentieren werden, ob das jetzt dann irgendwelche Aliens sind, die angeblich mit ihren Raumschiffen kommen und uns erzählen, was Sache ist oder ob es eben eine KI ist oder ob es eben dieses Skynet, diese Totalüberwachung über Satelliten ist. All das sind Imitationen, darauf hatte ich ja auch 2018 schon hingewiesen, als Uranus in den Stier ging. Also diese Themen, die vertiefen sich und mit Pluto im Wassermann, wir haben eine Chance zur Befreiung und diese Chance zu nutzen ist eben das, was wichtig ist, dass wir wirklich lernen zu erwachen im Herzen, unsere Traumata zu heilen, also unser autonomes Nervensystem zu befreien und uns anbinden an das, was an bedingungsloser Liebe jeden Augenblick auf uns hinabströmt. Ja, das ist das, was Pluto im Wassermann im Kern ausmacht, dass wir anfangen als Liebe zu leben und zwar jeder Einzelne, nicht weil irgendein Guru das gesagt hat, nicht weil der Alexander das gesagt hat oder wer auch immer, sondern weil du erkennst, dass das wahr ist, indem du dich selbst darauf einlässt. Also das ist die Einladung letzten Endes in Pluto im Wassermann und und wenn wir das eben nicht wollen, dann wird es extrem haarig. Ja, all diese Begriffe, die ich eben vorgelesen hatte aus diesem Buch, sind das, was dann die Folge davon ist. globale Kriege, Leichen überall, ja, Viren, da gibt es ja inzwischen große Zweifel dran, ob es die überhaupt gibt, ja, aber sie werden natürlich weitere solche Dinge inszenieren, Plandemien oder wie immer wir sie nennen wollen und der Punkt ist einfach, dass es darum geht, dass wir aufhören, Autoritäten nachzulaufen. Egal, ob es jetzt eben Regierungen sind, egal, ob es Wissenschaftler sind, egal, ob es religiöse Führer sind, all das ist nicht mehr aktuell. Es geht darum, auf Augenhöhe zu sein, ja, das ist ja eh das, was ich auch seit vielen Jahren schon unterrichte, also war ich da auch wieder meiner Zeit voraus, auf Augenhöhe eben zu sehen, hey, du bist Gott und ich bin Gott, ja, du bist Liebe, ich bin Liebe, du bist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und nur darin ist tatsächlich eben auch es möglich, dass wir uns dieser immer zu herabströmenden bedingungslosen Liebe öffnen und unser Leben so auch auf die Reihe kriegen. Ja, das heißt, all das, was uns jetzt weggenommen wird, ist zu unserem Besten. Ja, wir dürfen lernen, uns der Fülle, der wirklichen Fülle zu öffnen. Dieser Fülle der bedingungslosen Liebe die uns leitet, wenn wir sie lassen. Ja, und ich habe da ja an anderer Stelle auch schon drüber gesprochen, Pluto ist ja auch das Thema Reichtümer. Und worin liegen die Reichtümer dieser 20 Jahre im Wassermann? Wassermann ist das Digitale, sind Zukunftstechnologien. Das heißt also, es geht darum, in diesen Zukunftstechnologien investiert zu sein. Pluto wird die Zeit sein, in der der digitale Goldgräber Modus wirkt. Ja, also es geht wirklich darum, dass wir lernen, das ist die Zukunft, ja, sie lenken uns davon ja immer wieder ab, und die Zukunft ist eben dezentral. Regierungen, Zentralregierungen oder gar Weltregierungen, das ist alles so von vorgestern. Ja, also wir brauchen keine Weltregierung, wir brauchen keine Weltbank, all dieses Zeug ist total absurd und er dient ja nur der Unterjochung von Menschen. Und wenn wir freie, autonome Menschen werden, dann kann eben auch der Austausch einfach dezentral stattfinden, das gibt es ja alles schon, ja, es gibt Bitcoin, es gibt die Blockchain, es gibt dezentrale Finanzgeschäfte, ja, und wir sehen, wie die Banken wackeln und einstürzen und das alles ist letzten Endes einfach, weil ihre Zeit zu Ende ist. Es ist einfach vorbei und sie reden uns jetzt ein, dass mehr von dem alten Zeug, was ja nie wirklich funktioniert hat. Das Finanzsystem war ja schon immer dysfunktional mit diesen Zentralbanken, mit dem Schuldgeld und so weiter. Und jetzt versuchen sie uns einzureden, wenn sie das dann auf globaler Ebene machen, eine Weltwährung, die dann digital ist, dann würde alles besser. Nein, natürlich nicht. Es wäre die totale Unterdrückung, die totale Abhängigkeit und das ist eben das, was die Menschen erwartet, die sich da unterwerfen, die eben in diese Smart Cities gehen werden, denn dort werden sie komplett kontrolliert und unterdrückt. Ja, und es geht eben dann auch überhaupt nicht mehr um Konsum, sondern es geht nur noch um Gehorsam. Also dieser Konsumfaktor Mensch fällt weg in diesen neuen System. Ja, wer immer noch glaubt, ich verdiene doch gut und ich konsumiere und dann werden sie mich schon in Ruhe lassen. Nein, sie geben uns ja schon die Schuld, dass unser Konsum jetzt Schuld dran ist, dass es angeblich eine Klimakrise gibt. All diese Dinge sind Teil dieses neuen Top-Down Versuchs der Kontrolle der Gesellschaft. Da wurde ja auch von der Rockefeller Society schon 2011 oder 2010 veröffentlicht, was sie da vorhaben. war in meinem ersten Buch schon drin, was ich 2012 veröffentlicht habe. Also diese Top-Down Gesellschaft, die bedeutet natürlich, es gibt einfach eine herrschende Klasse, diese sogenannte Elite und eben ihre Handlanger und dann gibt es eine Unterschicht und die Einladung ist, einfach sich da nicht hinein hypnotisieren zu lassen. Ja, auch von diesen ganzen dystopischen Romanen und filmen. All das ist Predictive Programming. Ja, sie zeigen uns das, weil sie wollen, dass wir das glauben. Das sind keine Warnungen. Das ist Predictive Programming. Also es ist eine voraussagende Programmierung. Ja, so wird es sein. Und dann sitzen die Leute im Kino, haben dann große Emotionen und dann glauben sie es. Und wenn wir es glauben, fangen wir an, es zu manifestieren. Wir sind ja Schöpfer und wir können nicht anders als erschaffen. Aber wenn wir zulassen, dass unser Geist fremdbestimmt ist, dass wir uns zumüllen lassen mit diesen dystopischen Geschichten, die sie uns einreden. Und das ist eben auch Pluto. Wenn wir zulassen, dass wir diesen dystopischen Mist glauben, dann erschaffen wir ihn selbst durch unsere Herzen. Wir müssen unsere Herzen reinigen. Und wie reinigen wir unsere Herzen? Reinigung, Fegefeuer, das waren ja Begriffe auch von Pluto. Wie reinigen wir unser Herz? Indem wir erwachen, indem wir erkennen, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich wirklich? und lass alles weg, was nicht wahr ist. Alles, was kommt und geht, bist nicht du. Nur das, was ist, das, was nicht kommt und geht, das, was bleibt, das bist du. Und so findet die Reinigung im Herzen statt, indem wir uns immer mehr dem öffnen, was wir wirklich sind und dann aufräumen, innerlich aufräumen, 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 Trauma heilen, Trauma heilen, Trauma heilen. Das ist das, was uns freier macht, wacher macht, glücklicher macht, liebevoller macht, empathischer macht und uns eben unserer Bestimmung zu öffnen. Und dem ist ja meine Arbeit gewidmet. Es wird dann in Kürze eine Challenge geben, die fängt am 28. an, wo, am 28. März, wo es um Fülle geht, Fülle manifestieren, lass mehr Fülle in dein Leben. Und darin werden wir vor allem sehen, wie wir Selbstfülle verhindern. Ja, wir müssen nicht noch was und noch was und noch was da drauf packen, sondern wir müssen anfangen, ganz viel wegzulassen und aufhören, uns selbst fertig zu machen, aufhören, uns selbst klein zu machen, aufhören, den Mist zu fressen, den sie uns vorsetzen, über Fernsehen, über das Internet und über all diese Propaganda. Ja, die Navajo in ihrem Beautyway sagen, das hier ist das Paradies. Es geht darum, dass wir aufhören, dieses Paradies voll zu müllen. Ja, Müll ist auch wieder Pluto. Dass wir aufhören, es zu zerstören, das ist auch wieder Pluto, sondern dass wir es erneuern. Die Erde kann sich erneuern, wir können uns erneuern, alles kann sich erneuern, ja, und alles wird sich erneuern. Die Frage ist einfach, wer von uns wird es erleben, wer von uns wird zu den Leichen gehören, wer von uns wird von einem Lynch-Mob hingerichtet, ja, wenn man die Wahrheit sagt, kann alles mögliche passieren, aber das entscheidende ist, es gibt Werkzeuge, mit denen können wir diese Erneuerung in uns vollziehen, ja, das ist das, was ich selbst in meinem Leben tue, was mein Umfeld in meinem Leben tut, was meine Klienten in ihrem Leben tun, und das ist es, was ich auch weiterhin vermitteln werde. Erneuerung, ja, Transformation, das Alte ist der Dünger für das Neue, das Alte stirbt, wir können das Alte nicht am Leben halten, ja, wer jetzt sagt, nein, ich will aber weiterhin meine Konsumgesellschaft und ich will ins Fußballstadion gehen und mein Bier trinken, forget it, das ist nicht das, was jetzt kommt, sondern was jetzt kommt, ist, dass wir uns öffnen, dass wir manifestieren, dass wir uns unserer Schöpferkraft bewusst werden und dass wir aufhören, diesen Scheiß zu erschaffen, den wir doch gar nicht wollen, ja, korrupte Regierungen, korrupte Pharmaindustrie, all dieses Zeug, kaputte Banken, ja, korruptes, kaputtes Schulsystem, Kinder, die autoritär verbogen werden und mit Medikamenten vollgestopft werden, wer will das denn? Also hör auf, das zu erschaffen, erschaffe das, was du wirklich willst und das beginnt mit dem, was du wirklich bist und dann lass das, was du wirklich bist, dein Leben bestimmen, das ist der Schlüssel, ja, gib dieser Liebe den Raum, deswegen heißt ja auch mein Gratiskurs Lebe als Liebe, weil das der Schlüssel ist, dass wir aufwachen und dass wir das ernst nehmen und dass wir der Liebe den Raum geben, uns zu leiten und das und das ist es, was uns auch durch diese Pluto im Wassermann Phase leiten wird, ja, wir werden ganz viele Dinge sehen, ja, Pluto geht über den Aszendenten von China, ja, auch eine tolle Geschichte, also, es wird ganz viel Wandel gehen, ganz viel Wandel, ja, schaut einfach zu, entspannt euch und kommt selber in den Wandel, ja, wie hat Gandhi so schön gesagt, sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, ja, vergiss mal die Welt, ja, das ist alles Projektion, das ist die Mutter systemisch gesehen, ja, sei selbst die Veränderung, sei selbst die Veränderung, komm in dein Herz, wach auf, erkenne, wer du wirklich bist und komm in deine Selbstwerdung, in die Individuation, das ist es, was uns nach Hause bringt und was uns dazu bringt, eben auch zu neuen Menschen zu werden, ja, diese Anthrosynthese, diese Menschwerdung herbeizuführen, aus diesem fragmentierten Geist auszusteigen und in die Liebe uns immer mehr hinein zu entspannen. Also, ich schicke euch allen mal eine dicke, fette Umarmung und lade euch ein, kommt in den Pluto, im Wassermann, habt keine Angst davor, ja, habt keine Angst vor dem Tod, der Tod ist sowieso gewiss, ja, aber vorher können wir anfangen zu leben, ja, das Traurige ist ja, dass die meisten Menschen nie anfangen zu leben, also lass uns aus dieser fremdbestimmten Existenz aussteigen, ins Herz kommen, erwachen und anfangen unsere Bestimmung zu leben, indem wir auch unsere Traumata umarmen und so eine ganz neue Ebene von Fülle erschaffen. In diesem Sinne, alles ist Liebe.